Oh Gott, das sieht ja so scheiße aus. Und ich bin weg. Nochmal, neu starten. Became huge. Oh scheiße, und neu starten. Okay, das Ganze muss man viel ruhiger angehen, hab ich das Gefühl. Ich geh da viel zu hektisch vor. Fuckin' hell. Became huge. Huge. Sorry. Danke, dass du mich nochmal ankotzt und mir ein bisschen Strom gibst. Was heißt Strom? Ich mein... Benzin quasi. Oh shit, nein, hätte ich das nicht... Ah. Das war ein Rechtsklick. Langsamer. Die Zeit ist jetzt viel... Geht jetzt viel langsamer. Zoom mal ein bisschen ran. Und weg. Geil. Became huge. Scheiße. Alter. Became huge. Und ich bin weg vom Fenster. Alter Mist. Became huge. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz jetzt schon gesagt... Äh... Die zwei Wörter schon gesagt hab auf Englisch inzwischen. Aber... Jetzt kapier ich das endlich auch, was auch mein... Jetzt kapier ich doch endlich, was mein Ziel ist. Das wollte ich sagen. Ich soll riesig werden. Natürlich, Became huge. Ich mein, das wusste ich natürlich. Natürlich wusste ich danach. Natürlich wusste ich das. So, und jetzt hab ich's auch geschafft, hoffentlich. Ne, ich will noch nicht. Geschafft. Na, endlich. Und ich bin auch wirklich huge. Weiter geht's. Absorb the Nebosite. Oh, das ist was neu. Mann, das sieht so cool aus. Mann, das sieht so cool aus. Mann, das sieht so cool aus. Die Musik ist auch so cool. Oh. Scheibenkleister mit Käse. Aber jetzt haben wir's. Speed-Attacke. So. Level complete. Absorb the three Nebosites. Oh Gott. Oh nee, du. Das ist so wrong hier, du. Geile Scheiße. Nein, das krall ich mich jetzt erstmal nicht genau. Bin mir kaputt, ey. Scheiße. Oh Gott. 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 Oh Gott, war das göttlich. Und ein bisschen ausrasten. Da hab ich irgendwie so eine Art inneren Drang. Lass mich erst riesig werden. So, also raus und krallen mit der SD da. Turbo! Scheibenkleister mit Käse. Wisst ihr was? Gleich schneide ich das und mache das kurz so. Ihr habt ja ungefähr gesehen, wie es nicht geht. Kommt schon. Zack. Zack. Na los! Ja! Oh shit. Oh god. Ficken. So. Ich würde sagen, einen Versuch mache ich noch. Und danach mache ich erstmal Schluss für heute schon. Jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich eigentlich auf? Ich hab da keine Uhr oder sonst irgendwas. Ich mach das einfach nach dem Gefühl. Wenn ich Lust habe aufzuhören, dann hör ich auf. Ach du Scheiße. Aber geil. Jetzt erwarte ich, wir sehen uns morgen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.